Hallo und herzlich... Hilfe, ich hänge in meiner Socke. Moment, so. Hallo. Ja, Socke. Ich hab keinen Popschutz, damit ich näher ans Mikrofon ran kann und deswegen hab ich ne Socke drüber. Funktioniert genauso, also ihr könnt euch das Geld für den Popschutz sparen, steckt einfach so ne dicke Wollsocke drüber, passt. Super. So, hallo. Willkommen zur 43... Was ist jetzt los? Ähm, warum hab ich grad nur 30 Frames? Und warum bewege ich mich so langsam? Weil das Spiel nur mit 30 Frames läuft. Ähm, warum ist das der Fall? Moment. Ähm, ich mach mal ganz kurz... Warte mal. Wir machen mal ganz kurz den Cut, warte mal. So, ich hab ein bisschen was erforscht und zwar zum einen dieses Autoabtransport-Ding und es ist fertig. Wir haben, wenn ich es finde, da. Raketensilo. Wir können ab jetzt Raketensilos bauen. Yes. Braucht nur ein Haufen Stahl, Betonverarbeitungseinheiten und Elektromotoreinheiten. Das ist der Fall, wenn ich es in den Vorteil ist, dank unserer langjährigen Produktionen, außer in den Verarbeitungseinheiten, weil wir davon zu wenig haben, weil ich die mal auf 200 einstellen sollte. Ja, okay, also, wir können wir doch noch nicht machen. Aber wir können schon mal einen Rest setzen. Äh, denn wir brauchen noch einen Satellit. Äh, der Satellit sollte in die Rakete eingesetzt werden. Ja. Wir brauchen auch noch Raketentreibstoff. Sowie, äh, Raketensteuer. Ist gerade Nacht? Ne. Ich hab, ich hab das Nachtsichtgerät mal ausgetestet. Was ist denn das? Ist ja alles einfach nur grün. Toll. Hm. Kann ich ja dann nochmal zeigen. Hm. Ich hab, ich hab wieder zu schnell gesprochen. Ich muss dann immer gähnen. Das ist, das ist schlimm. Wenn ich, wenn ich zu schnell zu viel rede, dann, dann gähne ich immer. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ganz komisch. So. Ähm. Okay. Ich krieg das auch bei, äh, wenn du irgendwie was vor dich hin summst, irgendwie so ein Lied. Und dann, es ist schon, ja, es, sagen wir mal, es ist sonst nichts los gerade. Dann sofort anfangen zu gehen. Immer wieder irgendwie alle, alle drei, äh, Zeilen, oder Strophe fängst du an und gähnst erstmal eine Runde. Ich weiß nicht warum. Das ist komisch. So. Autoabfall. Hier können wir jetzt zum Beispiel Dinge reinmachen, wie zum Beispiel Holz. Dass wir immer 100 Holz haben. und alles, was drüber ist, wird automatisch ins Lama gepackt. Das ist schon ganz gut. Und das ist dynamisch. Das heißt, hier können wir einfach neue Dinge definieren und die werden unerscheint ein neues Lot, den wir definieren können. Das ist relativ cool. Das ist relativ cool. Weil ich gerade überlege, haben wir sonst noch irgendwas, was vielleicht Probleme kriegen könnte. Also das hier kann man auch wegpacken. Die welche geschützte haben wir auch. So. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Ja, die Roboter sind so schön. Also wir brauchen noch zwei Bauroboter, fällt mir gerade auf. So. Damit wir wieder 20 haben. Wunderbar. Okay. Also. Festbrennstoff. Dafür könnten wir, also ich habe auch noch ein bisschen mehr Weg gebaut. Ich habe hier normalerweise so Kopfsteinpflaster dazu gemacht. Und hier hinten haben wir ja schon unseren äh Dingens. Äh Festbrennstoff. Den können wir natürlich jetzt wunderbar nutzen. Das ist eine passive Anbieterkiste. Das trifft sich wunderbar. Ähm. Ich überlege, ob ich das hier unten reinbaue. Was brauche ich denn noch? Warte mal. Raketentreibstoff braucht nur Festbrennstoff. Das könnten wir da unten machen. Hier brauchen wir auch Fernsbrennstoff. Insgesamt 500. Aber das kommt durch den Raketentreibstoff. Genau. Automatisieren wir uns jetzt einfach den Raketentreibstoff hier unten. Wie viel brauchen wir? 50. Okay. Ähm. Habe ich denn noch? Da. Wunderbar. Okay. Ich habe auch. Möchte ich über das Zimmer reden. Wir reden so oft über das Thema YouTube und so weiter. Es ist... Ich wette, es hängt einigen schon zum Halter raus. Aber mir auch. Aber das Schlimme ist, es ändert sich ja nichts. So, warte mal. So. Dann können wir hier die nächste Kiste machen. Ähm. Wie viel? Oh Mensch. Das ist das. Okay, den Treibstoff. Hier können wir den stacken. Zehn. Wir brauchen. 50. Oder? Ja. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Äh. So. Wunderbar. Gut. Dann macht der uns jetzt schön. Wunderbar. Es ist zwar langsam, aber egal. Unsere Forschung geht so schön schnell. Ich bin trotzdem in der Überlegung, wird die Dinger wieder wegnehmen. Fressen die eigentlich konstant Strom? Oder nur, wenn sie negativ sind. Ja, die fressen konstant Strom. Auch wenn es nicht aktiv ist. Das ist natürlich doof. Ist das eigentlich beeinflusst, diese Begleitroboteranzahl? Logistikplätze, Begleitroboteranzahl 3. Ne, ich glaube, das hat nichts zu sagen. Für diese, äh, Logistikdingens da. Also für unser, also für unser, den jetzt hier, äh, das ist die Bauroboter mit Hilfe von den Dinger hier. Egal. So. Ne, ähm. Super. Was ich, äh, eigentlich ansprechen wollte, war nochmal das Thema von wegen, ähm, äh, auch wenn es ein altbacken Thema ist. Ähm, der Clickbait und Hate. Also, ich glaube sogar, warte mal, wir Clickbait hatten wir noch. Machen wir mal Nummer Hate im Internet. Also was heißt Hate? Einfach nur, ähm, ich weiß nicht. Also, warum? Erstmal so. Wären das ja alles noch crafted. Äh, was ist der Sinn dahinter? Wird mir wahrscheinlich von euch auch keiner beantworten können. Aber was ist der Sinn dahinter, jemanden im Internet aufs Enormste zu beleidigen? Was ist, was ist der Sinn dahinter? Was bringt es einem? Bringt es doch selber einem nichts? Ich, äh, ich verstehe es immer nicht ganz, warum im Internet von vielen Leuten so eine Aggression ausgeht. Warum, warum diese Leute im Internet beschließen, ich bin im Internet, ich kann jetzt sagen, was ich will, also beleidige ich Leute und mache Leute fertig. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es ist schon auch länger her. Äh, angeblich ist der Mensch so gebaut und, äh, wie soll man sagen, nicht gebaut, sondern so mental eingestellt, dass er im Durchschnitt um einen negative, äh, einen negativen Kommentar, Also, irgendwas, was einen, ähm, ja, nicht mal unbedingt eine Beleidigung, sondern wirklich eine Kritik an einem. Eine, ähm, böse Kritik, die sehr viel schlecht macht. Ähm, für so eine Kritik braucht man fünf gute Kritiken. Ähm, also für eine schlechte braucht man fünf. Ich habe die Nacht wieder verpasst, ne? Oder wird gerade Nacht? Es war gerade Nacht. Kann ich es noch anmachen? Warte. Nö, ist zu spät. Jetzt fliegt hier ein Helikopter vorbei. Sie suchen mich schon. Weil ich Fragen stelle. Ja. Scheiße. Ähm, ne, es ist, äh, ich, ich, ich verstehe einfach nicht, was den Leuten daran gefällt. Es ist, es ist fast so wie dieses Mobbing in der Schule immer. Äh, es, es, es bringt den Leuten im Endeffekt doch gar nichts. Was, was ist der Vorteil davon? Jemanden fertig zu machen oder jemanden zu beleidigen oder was weiß ich. Was, was, was bringt es einem selbst? Eigentlich doch nur, dass man sich besser hinstellt. Und, ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, 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 im Internet ist es aber so, ups, ähm, das Internet ist so ein großes Netzwerk, dass es nicht mal so ist, dass du, sagen wir mal, zu den Eltern gehen kannst und sagen kannst hier, ey, guck mal, was dein Sohn macht, bitte mal auf ne, keine Ahnung, Militärschule. So, fangen wir klein an, Militärschule. Ähm, warum diese Leute, vor allem das Schlimme ist eigentlich, die Leute, die im Internet sehr gemein sind, sind auch teilweise, also, was heißt gemein, ihr wisst, was ich meine, ähm, zum Teil sind diese Leute, vom Typ her, Leute, die normalerweise im richtigen Leben, ähm, meist die Opfer sind, weil sie sich nicht zur Wehr setzen, weil sie einfach ihren Mund nicht aufkriegen, beziehungsweise, ich, ich weiß nicht, man kann, man kann vieles hinnehmen. Man kann, man kann immer sagen, okay, ja, ist mir egal, geht hier links rein, rechts raus, alles gut. Ähm, aber warum muss man das im Internet an irgendwelchen Personen auslassen, nur, weil diese Person einen direkt nicht angreifen kann? Weil das Internet ist ja diese Anonymität. Ich kann hingehen und kann sagen, hey, du bist scheiße, ja, du, genau du. Im Endeffekt, ja, äh, ich, ich hab dich damit angegriffen, ohne dich zu kennen und du weißt auch nicht viel über mich und fertig und, ja, ich kann einfach weitermachen. Und das ist bescheuert. Also, ich, es ist so ein bisschen, ich hatte da heute mal so, weil ich viel, viel gesehen hatte, drüber nachgedacht, es ist auf der einen Seite Meinungsfreiheit. So, was heißt Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit heißt, ich darf sagen, was ich denke, was meine Meinung ist und ich darf das sagen. Das ist super. Denn, erstens, wenn jemand hinkommt und sagt, ey, du bist scheiße oder einfach seine Meinung kundtut, die keinem anderen gefällt, dann ist es halt, okay, er hat seine Meinung kundgetan, die anderen geben sich nicht mehr mit dem ab. Er hat's kundgetan, alles gut. Meinungsfreiheit ist nicht das Problem, nie. Das Problem sind Regeln, welche die Meinungsfreiheit in gewissen Dingen einschränken. Denn eine Meinung über eine Person ist etwas anderes, als eine Person anzugreifen, verbal. Das ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, warum viele Leute das nicht sehen. Ich weiß nicht, Sachen zu sagen, kannst du mir meinen Mund nicht verbieten und was weiß ich nicht. Klar, durchaus. Wenn eine Kritik kommt, alles gut. Du kannst sagen, ja, mir gefällt der Spielstil von dir nicht oder was weiß ich nicht. Mir gefällt nicht, wie deine Haare aussehen. Bitte geh mal zum Friseur. Oder ich mag dich deswegen nicht. Beziehungsweise, warum muss man das überhaupt sagen? Warum muss man Leuten, wenn, vor allem im Internet, du bist im Internet, du kannst machen, was du willst. Warum gehst du zu jemandem hin, den du nicht magst? Punkt 1. Erstmal gehst du zu jemandem, den du anscheinend ja nicht magst. Zweitens. Du nimmst dir noch die Zeit und reagierst auf ihn und schreibst ihm, dass du ihn nicht magst. Und die dritte Stufe. Du beleidigst ihn dabei noch. Du gehst ihn verbal aggressiv an. Und da hört eigentlich Meinungsfreiheit in meinen Augen auf. Das hat dann auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist einfach nur verbales Angreifen. Das ist... Das ist keine Meinung. Ich weiß nicht, wenn... Ich... Ich könnte jetzt zu dir sagen, ey, du bist ein Arschloch. Ja. Das ist meine Meinung. Aber... Ich sag mal so, Arschloch, das ist nicht unbedingt... Sagen wir, ich habe jetzt irgendwas ganz Schlimmes gesagt. Ich habe dich als irgendwas extrem Schlimmes dargestellt. Erstens. Wird es dir wahrscheinlich eh am Arsch vorbeigehen. Zweitens. Wenn es dir nicht am Arsch vorbeigeht, hast du die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise jetzt losgehe und rumziehe und im gesamten Umkreis, wo du wohnst, sage, ey, der Typ ist absolut scheiße, der... Okay, Kommentare löschen ist in dem Moment blöd. Der klaut Karotten aus anderen Gärten. Ähm, das ist üble Nachsage. Das ist strafbar. Also in gewissem Maße. Ja, das ist meine. Es ist... Es ist eine... Im Endeffekt, die... Wie heißt es? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also man kann... Man darf einen Menschen nicht entwürdigen, beziehungsweise nicht schlecht darstellen. In der Form, dass man ihnen... Wie gesagt, üble Nachrede ist. Dieses andere Ding. Äh, und das geschieht immer. Ein... Ein Hasskommentar... ...hat immer... ...ne üble Nachrede hinter sich. Und ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Warum das immer der Fall ist. Und warum ist hier oben eigentlich ein Conveyor? Das nervt mich gerade. Das ist doch die ganze Zeit leer. Ja, so... Entschuldigung. Kleinigkeiten. Ähm... Warum... Warum muss ich Leuten immer... ...Dinge nachsagen? Warum muss ich sagen, ey... Beispielsweise bei Rainbow Six. Ähm... Es ist folgendes. In diesem Spiel ist... Ja, seit heute ist jetzt BattleEye mit drinne. Als Kleinside-Undi-Cheat. Ist aber erst mal relativ egal. Ähm... Jedenfalls... Es ist... Relativ schlimm mit Hackern. Sagen wir, es ist relativ schlimm. Ähm... Das Problem ist aber... Da es... Durch die Community... Noch schlimmer gemacht wurde. Indem gesagt wurde, ja... Der hackt und der hackt und der hackt und der hackt. Und... Ähm... Das Schlimmste ist dann... Wenn Leute sagen... Ja, die hacken doch. Dann hacke ich jetzt auch. Das ist eigentlich das Schlimmste. Dieses... Warum... Warum wird immer vom Schlechtesten ausgegangen? Warum... Warum... Warum ist jeder immer besser als der andere? Es ist im Internet. Soll ich das mal aufgefallen? Jeder kann alles. Jeder ist besser als jeder andere. Das ist faszinierend. Ähm... Müsst mal unter Videos gucken. Wenn einer... Zum Beispiel in einem Spiel irgendwas nicht schafft. 80% der Kommentare hätten das locker geschafft. Also Kommentarschreiber. Die hätten das locker geschafft. Die haben das beim ersten Versuch geschafft. Die haben nicht mal 5 Minuten dafür gemacht. Oder andere Dinge. Es gibt... Es gibt Leute, die haben... Äh... Dark Souls 3 in 5 Minuten komplett durchgespielt. Also von daher... Oder Super Meat Boy. Oder... Das weiß ich nicht alles. Ja, wir haben das alles gemacht. Ja, die sind... Die sind absolut... Awesome. Also... Ich weiß nicht. Das hat jetzt nichts mehr mit dem übrigen Nachhinein zu tun. Das ist einfach nur ein besseres Darstellen. Im Endeffekt den anderen... Schlechter machen und sich selber besser hinstellen. Ähm... Weil... Ja... Keine Ahnung. Wenn... Wenn der Stammbaum im Kreis ist, kann man halt leider nicht so viel machen. Aber... Äh... Ich meine, bitte mal nachdenken. Ich weiß nicht, was die... Was... Die Leute haben noch keinen Denkprozess, oder? Warum... Warum... Sage ich jemandem was nach? Warum sage ich ihm... Ey, du Hacker. Ey, du. Du wurdest... Du wirst gebannt. Ich hab dich... Was weiß ich. Du bist definitiv Hacker. Kann sein, dass er Hacker ist. Durchaus. Aber wenn es nicht ist... Warum kannst du es nicht akzeptieren? Warum... Warum... Warum wird immer davon ausgegangen... Dass... Jeder... Irgendwas Schlechtes macht. Auch unter den Kommentaren. Ich hatte... Ähm... Entschuldigung, das lange her. Hatte ich einen, der hat... Ordentlich... Also das war... Das war... Ich glaube, vor Gericht... Könnte man das fast als Motto umsehen. Ich weiß nicht. Es war irgend so ein Spast. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Aber es war einfach ein Spast. Ähm... Hat... Hat irgendwann eine Folge kommentiert. Ich hab ihm darauf geantwortet. Und anscheinend hat ihm die Antwort nicht gefallen. Und er ist ausgerastet. Egal. Und dann war bei... Ähm... Purple jetzt neulich folgendes der Fall. Er hat... Äh... Er macht ja hier so ein... Let's Play von... Äh... Uncharted. Naja, Uncharted X. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Folge... Keine Ahnung. Ähm... Jedenfalls... Hat ihm echt einer uns das Video geschrieben, weil er... Er hat im Titel 60 FPS stehen, weil das Video auf 60 FPS zur Verfügung steht. Ähm... Und hat ihm ernsthaft eingeschrieben, dass es nur finkend Clickbait doch gemacht, weil das Spiel nicht in 60 FPS läuft. Und er hat jetzt erstmal ihn reportet und sagt, das ist Clickbait. Und das ist einfach nur Aufruf erhaschen. Ich... Was? Also manche Leute schreien doch einfach nur aufmerksamkeit, oder? Ich weiß nicht. So, ich muss aber nochmal ganz kurz auf den Punkt vorhin zurückkommen mit den Strafbaudingens. Äh... Es ist so... Ich... Och Gott, ich komm nicht mehr auf den Namen von dem. Es wurde ja einer im Internet so extrem... Zugemobbt oder beziehungsweise allgemein Cyberkriminalität. Webseiten DDoS. DDoS von irgendwelchen Leuten, die sie nicht mögen. Warum ist es nicht strafbar? Ganz einfach, weil es über ein anderes Land läuft. Es gibt keine globalen Gesetze. Das Internet ist so ein meinungsfreier Ort und gesetzloser Ort, dass jeder wirklich alles machen darf. Das ist wirklich Anarchie im Internet. Jeder darf alles. Wenn... Wenn dir die Website X nicht gefällt, dann... Warte, wir machen mal ganz kurz Nightwishen an. Ich möchte, dass ich gerade sehe, dass es gemacht wird. Ähm... Das funktioniert jetzt nicht. Ist wahrscheinlich noch nicht dunkel genug. Warte, dann warte mal nochmal kurz. Ähm... Also... Das ist Nightwishen. Geil, ne? Mh... Schön. Toll. So. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ähm... Oh mein Gott, das ist süß übrigens. Äh... Ich bin schon wieder raus. Also, wie gesagt. Jemanden zu Tode mobben. Einfach nur, weil... Es einem selbst nicht passt. Was derjenige macht. Oder weil man... Weil man selber einfach nur nach Aufmerksamkeit trachtet. Oder dieses Mitläufer-Gedönszeug. Das ist ja eh das Allerschlimmste. Das ist auch im Internet. Ich weiß nicht. Warte mal, wie viel brauchen wir jetzt noch? Da noch... 25. Und jetzt noch... 2. Okay, die haben wir auch. So, Ptong. Und Star-Träche. Ptong haben wir. Star-Träche. So. Oh. Oh. Okay. Äh... 200. Jetzt sind wir bei 875. 975. 991. Also noch 9. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ups. Äh. So. Okay. So. Dauer jetzt. Was geht ja nicht schnell. Ja, so. Jetzt bin ich aber wieder... Warte mal, jetzt hat das alte vergessen. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte doch eben noch was angefangen. Dann wollte ich nochmal zurückspringen, das eine Thema abzuschließen. Ähm. Achso, genau. Das ist mit diesem Clickbait. Warum... Warum existieren solche Leute? Ich meine, das ist doch... Was? Was? Aber andere Leute, die hinschreiben... Was weiß ich... Äh... Was war das? Und er bremst und hupt. Und er sagt dann... Oh, Mensch... Und so weiter, ne? Also, das ist faszinierend. So, und was ist jetzt hier der Fall? Warum haben wir so viel Kupferverbrauch? Hallo? Ist unser Kupferhalle? Warte mal. Ich hab mir hier so... Ich hab mir hier nämlich nochmal einen kleinen Zug gebaut. Mit dem ich hier immer rundtucker. Wenn ich irgendwas suche. Ähm... Kupfer... Kabelbedingungen... Top. So. Der ist ja gerade noch bei Kupfer, ne? Das heißt, ich warte jetzt hier. Okay, super. Ich blockiere alles. Wunderbar. So muss er sein. Jetzt kommt er. Okay. So, was ist denn hier los? Ist das Kupfer... Oh. 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 Ja, wir verbrauchen anscheinend ein wenig Kupfer. So, wir können ja mal... Ähm... Können wir hier nochmal so einen zweiten Block hinballern? So. Äh... Flug... Nein, das war falsch. Das Ding. Das Ding. Und... Das Ding. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall die gleiche Anzahl wie vorher wieder. Aber wir produzieren nochmal zwei mehr. Können wir das auch mal so machen. Äh, nein, lass mich. Danke. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben es ja. So. Das sollte hoffentlich ein bisschen jetzt... ...schneider gehen. So. Okay. Och, guck mal. Wie dat wieder passt. So. Also, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit unserem Zug. Wobei wir wahrscheinlich bald neue Quellen ansteuern müssen. Von Stein und so weiter. So, den können wir mal auf meine Welle nochmal stellen. So. Okay. Na dann. Äh, wie sieht's denn mit hier aus? Wir brauchen... 50 Raketen Treibstoff. Wir haben 50 Raketen Treibstoff. Okay. Das sind wir fertig. 100 Solarpanel. Na toll. 100 Akkumulatoren. Ach du meine Güte. Baumaterial mit geringer Tischte. Das sind Stahlträger. Kofo. Und Günstelf. E-num. Das heißt, wir brauchen 1000 Stahlträger. Schon wieder. Ach du meine Güte. Auch immer. Ist ja echt gerade alles in Benutzung. Sag mal, ist auch oben Eisen alle oder wat? Mensch. Eisen. Äh, nicht in Aktivität. Äh, Kabelbedingungen. Okay. Go. Muss mal ganz kurz gucken. Vorne war auch noch Eisen. Und hier unten ist dann... Also, ich bei der Kohle so, aber noch weiter unten ist dann auch noch Eisen gewesen. So, jetzt will ich aber mal wissen. Ist hier oben auch... Oh. Ja. 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 Ja, wir... Wir ballern im Moment ordentlich Zeug durch unsere Forschung und so weiter. Wo ist hin? Da. So. Und da. So. So. Okay. Das Ding ist ja schon mal soweit fertig. Okay. Flupp. Flupp. Wunderbar. Der Rest hat noch ein bisschen was. 2K. 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 24K, 30K, 14K, 2K. Ist jetzt nicht die Welt, aber egal. So. Gut. Schade. Ich dachte. Ich dachte, wenn ich auf manuell mache, fährt er wenigstens noch die eine Strecke zu Ende. Aber nicht mal das tut er. Der Zug ist auch halb leer. Ich weiß nur, warum fährt er nicht. Achso, weil die Zeit nicht abgelaufen ist. Ja. Der ganze Mist funktioniert jetzt nicht mehr ganz so gut, weil wir nicht mehr so viele Steine haben. Das ist mir nämlich schon vorhin aufgefallen. Und die Kisten sind fast leer. Das heißt, wir könnten eigentlich... Oh. Okay. Moment. Äh. Manuel. Dass man nicht wegfährt. Wir können theoretisch hier unten alles abreißen. Das kann alles weg. Vorhin jetzt. Ähm. V mal zu Stone. Ouch. Dann kriegst du nochmal eine Kabelbedingung. Okay. F größer... Y. Und Bedingung, wunderbar. Dann fahr schon mal hin. Und dann können wir jetzt hier die Station nämlich wegmachen. Ja, das brauchen wir denn gar nicht mehr. Wir müssen uns eine neue Steinquelle suchen. Das ist doof. Wo ist jetzt der Bauplan? Der Abrissplan. So. Hm, hm, hm. Beginnen wir mal, dass die Strecke... Äh... Die Fläche ja eigentlich relativ groß ist. So. Der Roboter. Ups. Das wollen wir nicht. Ich lasse das Tor jetzt einfach mal drin. So. Das geht auf jeden Fall schneller, als wenn ich es so abbaue. Glaube ich. Bin mir unsicher. So. Gut, da ist bei unserer Bauweise. Müssen wir ja nur ein Teil wegmachen. So. Das war nur bis hier oben. Das mache ich dann aber manuell. Da war's los, meine Roboter. So. Okay. Jetzt habe ich gerade überlegt, dass hier das Kupfer war. Aber das war ja ganz Kupfer. Das war ja nur der Seiten. So, ich kann die auch so anklicken. Das ist ja wunderbar. Äh. Das da. Das da. Das war so klar. So. Duh. Mein Herz. So. Okay. Was ist das? Das ist ein normales Zug. Ja, okay. Äh, toll. Super. Machen wir alles kaputt. Okay. Okay. Damit ist die komplette oberste Strecke wieder weg. Gut, dass wir das mal gebaut hatten, ne? Braucht ja keiner. Wo geht das eigentlich hin? Das ist sinnlos. Warum steht das da? Egal. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch ein großes Eisen vorgekommen. Da können wir dann nochmal einen Zug hinballern. Wenn unser Eisen oben irgendwann erschöpft ist. Hier haben wir dann noch ein bisschen Kupfer. Ist auch schön. Da haben wir noch mehr Eisen. Also Eisenmangel sollten wir nicht haben. Hier haben wir noch ein bisschen Stein. Und da. Schau. Ah nicht so viel. Bin mir unsicher, ob ich hier einen Zug hoch und runter fahren lassen möchte, weil ich laufe hier. So. Jetzt bin ich erfolgreich vom Thema abgekommen. Ich wollte das Raketen. Ach du meine Güte. Na gut, wir haben Platz. Huch. Ach so. Komm, wir lassen einen frei. Yeah. So, was baut das Ding? Baumarträger mit geringer Dichter. Ach, das Ding baut mir einen Raketenbauteil. Okay. 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 Brauche ich das denn im Satelliten? Nö. Raketenbauteil. Was? Wo steht denn das? Unter welchem Punkt? Findet man das so gar nicht, oder? Nö. Fals, wie viel... Ach so, Rakete. Ah. Aha. Mhm. Rakete. Das macht sie sehen. So, das ist eigentlich so schon genug. Wir brauchen 8,3 Kilowatt. Maximale Gverbrauch 800 Kilowatt. Nö, das geht ja noch. Also wir müssen das Ding mit Baumarträger füttern, wir müssen es mit Raketentreibstoff füttern und wir müssen es mit Raketensteuereinheiten füttern. Das ist doch ganz toll. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein paar schöne Kisten hinsetzen oder vielleicht hier oben, weil wir hier Platz haben. Und dann füttern wir das Ding mal in drei Dinge. Machen wir uns eine schöne Anforderungskiste, wenn es denn reicht. Jawohl. Okay, dann machen wir das. Folge ist leider schon zu Ende. Ich habe mein Thema wieder nicht zu Ende gekriegt, wie eigentlich immer. Ich weiß nicht, immer wenn ich mir überlege, Mensch, heute redest du mal über ein Thema, komme ich in der Hälfte vom Thema ab, rede über was anderes oder mache irgendwas an und bin danach erstaunt, weil ich nicht fertig geworden bin. Trotzdem, wenn ihr eine Meinung habt, bitte mal in die Kommentare oder nicht. Oder, keine Ahnung, schreibt es ja privat oder was weiß ich, je nachdem. Ist mir total egal. Wenn ihr eine Meinung habt. Wenn ihr keine Meinung habt, ist auch okay. Oder ansonsten denkt einfach immer mal drüber nach und überlegt so, wie... Vielleicht fällt euch nochmal eine Idee ein, wie man es vielleicht besser machen könnte. Ich bin nur unter der Meinung, ein paar Regeln sollten ins Inelt rein. Ja, definitiv. Naja, gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.